Im Grunde bin ich mit der Leistung der Mannschaft zufrieden. Es ist natürlich eine lange Trainingswoche jetzt gewesen mit dem Abschluss dem Spiel hier in Gaglo. Klar haben die Jungs schwere Beine, das hat man auch in der einen oder anderen Situation noch gemerkt, das ist vollkommen klar. Aber ich fand trotzdem, das Ergebnis war standesgemäß und von daher bin ich zufrieden mit den Jungs. Wir hatten ja auch noch Torchancen, die hätten das Ergebnis noch mehr in die Höhe schrauben können. Es kann auch nicht jeder Ball drin sein. Ich glaube, wir haben vom Gegner keine einzige Möglichkeit zugelassen und von daher war es jetzt okay. Es war ein ganz gutes Spiel. Nicht alle Abläufe haben bisher geklappt, noch ein paar Fehler, aber für das erste Spiel, vor allem das Ergebnis, sehr zufrieden. Und mich hat es auch sehr gefreut, mal wieder 90 Minuten zu spielen. Mannschaft ist sehr locker, trotzdem fokussiert. Trainerteam macht Spaß mit ihnen zusammenarbeiten. Also alles super. Ich denke, es war eine ganz ordentliche Leistung von mir. Ich denke, man kann es aber nicht zu hoch werten, da Gaglo ja auch nicht in der richtig hohen Liga spielt. Aber für den Einstand war es, denke ich, okay. Ich habe hier schon fünf Jahre gespielt und für mich ist es eine Ehre für den Verein, wenn es dann klappt, spielen zu dürfen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn es klappen würde.